Hier wird eine ca. 262 m² große Bürofläche zur Miete angeboten. Sie befindet sich in Dortmund. Verfügbar ist das Objekt ab dem 1. Januar 2018. Das Haus wurde 2005 erbaut. Das Büro verfügt über einen Personenaufzug. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 9,90 Euro pro Quadratmeter. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal.